Was lesen Sie gerade? Was ich gerne lese? Interessante Frage. Marc Aurel, Selbstbetrachtender. Und worum geht es da? Ich meine, es ist ein berühmter, antiker Autor, aber ich würde gerne Ihre Perspektive hören. Ich glaube, der Titel sagt alles. Selbstbetrachtender. Wie man auf sich selbst reflektiert und auf die Welt. Ist man denn letztendlich anders als der Rest der Welt oder nicht? Und haben Sie durch die Lektüre dieses Klassikers schon Erfahrungen gemacht, die Sie jetzt auch schon im Leben nutzen? Wenn ich Ja sagen würde, dann würde ich lügen. Wenn ich Nein sagen würde, dann wäre es zu absatt.